hallo ist naruto 1986 und wir spielen batman arkham city wir haben jetzt nora freeze befreit oder besser gesagt gerettet sie ist in sicherheit wir gehen zu mr freeze zurück und erstatten ihm bericht und das schloss werden wir jetzt erst mal wieder knacken mein jüte war das einen kampf ich habe so was ich habe so was hier echt noch nie erlebt wirklich so was ich noch nie erlebt tür auf jetzt ist so echt übertrieben es kaum zu glauben wie man hier so übertreiben kann wie man so übertreiben kann ich so erst mal gucken wo ist der früß überhaupt das normal hier drüben nebenherz aus eis weil er hatte bringen wir zufrieden seine frau so jetzt geht es hier weiter labor von mr freeze okay erst mal wieder hoch und wir müssen zum seiten eingang wieder rein das war wieder klar okay erst mal wieder hier hoch erst mal gucken wo ist es ach ja ach nee sieht dass einer mal einer schaut sich das mal einer an ja hallo danke woher wieder durchs wasser hindurch echt cool so ja schön kleine dusche klär mal kurz hier hoch mein freund dann erst mal hier den fließt schuss schnell super kann man hier hoch erst mal gucken wo ist jetzt der eingang hier wieder erst mal wieder hoch der eingang ist dann auf der anderen seite so auf mr freeze deine frau ist gerettet und wir kommen wieder kein durchgang kommt ihr wollt mich doch echt erger die karte das verpasst gut für dich es ist dafür wirst du jetzt wirst du jetzt sehen wie ich dich ja ich jetzt wirst du mal sehen wie ich euch verprügel hier und ihr haut man beide ab hier junge auf jetzt alter ihr wollt übertreibst doch junge über da kommt man ja übertreibt doch gleich alter übertreibt doch jetzt gleich meine güte du wirst hier sterben so botenausschaltung wenn du mich noch einmal mit deiner eisenstange schlägst dann wenn du mich noch einmal mit deiner eisenstange schlägst dann ist was kleines hier was los glaubt man das oh jetzt reicht's junge alter hört auf mit dem mist okay jawoll jetzt kriegst du den eisenknüppel in die zwischen die beine alter alter meine güte ey was ihr für ein problem habt wieder kaum zu glauben ja hallo wo ist das der ah hier hinten hin alles klar so so erstmal hier wieder hoch erstmal schnell hier erstmal hier entlang komm schon ne 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 oh leute zeig doch mal richtig an wenn du es ist meine jüte ey danke in herr gotts namen nochmal übertreibt jetzt nicht ne kräfte ja wo ist denn es oh leute wo ist dieses flammende signal ey warum müsst ihr eigentlich mal übertreiben das hoffe ich irgendwie nicht dass ihr immer übertreiben müsst hier so warte wo ist dieses dämliche signal schon wieder kommen wir ja jetzt damit oder oh ja ja übertreibt doch gleich mal ein bisschen damit ey das ist doch nicht wahr jetzt übertreibt doch gleich mit dem scheißsignal hier hoch hier rüber hoch zwischen genau wissen hallo ich weiß hier hier ich weiß damit fließschuss ach komm ich will den fließschuss haben meine güte immer diese aufmuckerei hier immer wieder ja so war perfekt wo ist jetzt der eingang hier hinten heiligst er ich weiß hier ist es aber wo ist jetzt hier der eingang das ist die frage wo ist jetzt hier der eingang irgendwo hier muss doch dieser seiten eingangs sein warte mal ich probiere jetzt mal hier mit so frühschuss noch einmal erneut ja komm ja cool so hat sie so wollte es eigentlich gar nicht aber so wenn es so klappt warum nicht dann soll es mal recht sein wenn es so klappt dann bin ich schon wieder drin perfekt so wollte es eigentlich gerade auf die art aber man soll es mir recht sein wenn es auf die art klappt wieso nicht warum ist der freeze ich komme jetzt man gibt es irgendwo ein ding nee dann musst du hier runter so nee hier will ich nicht hin okay dann brauche ich den fließschuss wieder so so eins und mal zwei so hier unten dran durch ist der freeze wo bist du hier hallo ah da hinten so reden ich habe sie sie ist in sicherheit nora wo ist sie sie war in lagerhaus 5b im falcone frachtlager eingesperrt sie ist in sicherheit victor du kannst zu ihr gehen danke batman ja doch ich habe dir misstraut tut mir leid ja es will auch hoffen dass es dir leid tut weil sowas kann ich dann ah sie haben eine trophäe verdient druckmittel hm ja ist ok meine güte da war das ein kampf hier gegen den ah mal gucken kann man hier wieder raus ja genau hier oben so einmal wieder die treppen hoch hier entlang durch die tür einmal wieder raus hier so und jetzt hier hoch perfekt ja mal gucken was gibt es hier noch als neben quest äh ist gut puh mal gucken was wir am besten auswählen können bei den ganzen jungen super äh du mal heißt es gefunden oder was achso ok warum gibt es 24 gefunden und 58 50 habe ich damit gefunden äh gut dann wollen wir uns erstmal wieder auf die stahlwerke konzentrieren mal wieder ja dann werden wir uns jetzt erstmal auf die stahlwerke zurück konzentrieren wieder ein ein erst mal das gegenmittel holen hoch mit uns ein ne 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 ohne sch windel also das irgendwo haben sie echt übertrieben heute das war doch kaum zu glauben wie man es so übertreiben kann egal wir haben es ja jetzt geschafft es war nicht schwer es war schon leicht aber es nervt ein bisschen wenn die es dann manchmal die gegner einfach so übertreiben einfach wenn es dann echt unnötig ist ja ja wo schießt denn schon wieder meine jüde ach gott ihr lernt es echt nicht kann es sein egal hätte es keine lust gegen euch zu kämpfen so schneller ja wohl hat geklappt der schnelle ring äh warte mal kann man nicht die kamera eigentlich hier ausschalten das weiß ich gerade gar nicht gucken wir mal ne kann man nicht schade egal ist nicht schlimm passt ok jetzt gehen wir zu joker zu diesen jämmerlichen verdammten miesen schlecht geschminkten clown diesen kranken heini da oh man so hallöchen ja ja du wirst sterben äh sterben aber hallöchen einmal rauchbomben ich werde ihn jetzt mal so ausschalten ja komm schalte ihn nicht mal aus jetzt so ich schütze mich mal kurz wieder nach oben ja hä und ja ja ich weiß ich bin hier aber ja ich habe mich gerade verloren ok äh äh ja ja aber mich hat niemand geschehen wir meinen dass mich jemand sieht aber mhm ich finde dich würdest du mich so ich habe mich schon mal wo sind die nächsten heinis jetzt ziehe ich mich mal nach oben so ich habe mich schon mal wo sind die nächsten heinis jetzt ziehe ich mich mal nach oben da das ist der klack eines eurer Schädel der auf etwas hartes klatscht ich hoffe eben wir haben juna gehört alle was wirst du Leute bewegt eure Äsche her sofort was wirst du denn für ein Boss oder was der urze den sagt dass das gut ist wenn So, Freundchen. Ja, toll. Schön. Er hat mich jetzt erwischt. Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. Oh, glaub mir, ich halte durch. Glaub mir das. Neuer Versuch. Diesmal schalte ich euch aber alle aus. Das könnt ihr mir glauben. Diesmal gibt es hier keinen Kommen bei mir. Komm. Mach weiter. Oh, Mann. Jetzt geht das wieder los. Hier. Aber die Taktik war nicht mal schlecht. Die war schon ganz gut. Hä? Hä? Ja, wo bist denn du? Ich will dir eben noch. Ach! Da drüben. Na, schön für euch. Geräuschlos ist aufschalten. Komm schon. Den nächsten. Er ist entwischt. Er hat nirgends so ne Art Nebel benutzt. Boah. Hab dich. Ja, mach du mal das. Mach du das schonmal schön. Es ist mir egal, wo du bist. Irgendwann finde ich dich und dann mach ich dich kalt. Versuch's doch mal. Aber glaub nicht, dass du das schaffst. Bei den Partnerkollegen hab ich ja jetzt gerade eben. Hä? Ach, die sind dahinter an dem Ding. Okay. Alles klar. Wenn du meinst. Wie du meinst, dann probier's doch mal. Ich kleid mal hier hoch. Hm. 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 Vorsicht. Batman ist hier. So. Ja, hallo. Kann ich mal ausschalten? Ja. Ja, okay. Junge, hau ab jetzt. Wehtun du dir auch gleich was. Glaub mir das. Junge, wenn du mir noch einmal mit deiner Blüten... Lass das Ding liegen hier, okay? Du hast überhaupt... Was macht ihr, ey? Lass das Ding fallen, okay? So. Lass die Waffe liegen, okay? Okay. Sei dir denn mal nicht so sicher, wenn du noch einmal auf mich schießt, Junge. Riddler. Rede. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Das wusste ich. Let's klappe. Gute Nacht. Meine Güte, ey. Ihr seid doch echt nicht mehr ganz gebacken, ey. Nicht mehr ganz knuss beim Kopf. Ja, hallo. Danke. Ah. Fleece und Batman haben drüben beim GCPD-Gebäude gekämpft. Es klang wie eine Szene aus einem Film. Ja, schön für dich. Warte mal, der Unschlind 2. Äh, warte mal. Ich glaube, ich kann mir die Einzel schnappen hier. Warte mal. Der einzige Spinner, der hier noch fehlt, ist Skagel. Vielleicht ist all das hier ja nur einer seiner irren Einzelne. Uns gehört Arkham City. Jeder, der anderer Meinung ist, kann uns mal halten. Zeit zu stark. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Da bist du ja, Batman. Komm hier rüber. Batman ist hier. Oh, jetzt reicht's. Ihr hört auf hier zu schießen, Alter. Oh ja. Gebt mir Deckung. Oh, komm. Ja, komm. Hoch mit dir. Komm, hoch, 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 hoch. Jawohl. Ja, versuch's doch. Wie meintest du? Ja, schön für euch. Wann rumballern? Schön für euch, Jungs. Leute, schön für euch. Wie dumm seid ihr eigentlich? Ah, komm. Junge, gib nicht so an, okay? Nur weil du mich mit deinem Scheißgewehr erwischt hast. Kannst ruhig sterben, Bats. Ich fass ab jetzt auf Gotham auf. Pff, ja, ja. Die wird bestimmt super. Klappe jetzt. Klappe zu. Du riechst aus dem Mund, Alter. Kaum zu glauben, Alter, wie der immer aufmucken muss. Ja, das war ein Glückstreffer von diesem Pisser, Alter. Wenn der mich nicht gesehen hätte, dann... Da meint man wirklich, dass der... Ja, aber egal. Ja, ja, ich helf dir. Keine Angst, Alter, mein Freund. Bleib mal da. Tschüss, Alter. Warum gibt... Warum wollt ihr einfach nicht aufgeben? Lass doch den Mann in Ruhe einfach. Meine Jüte, ey. Wo bist denn du? Vielen Dank. Ich werde einen Ort suchen, an dem mich diese Tiere nicht finden. Klar. Tiere. Das ist echt noch zu milder ausgedrückt für solche Leute. Das sind noch keine Tiere. So. Seit Wayne hier drin ist, hat ihn keiner gesehen. Vermutlich ist er längst tot. Ja, was du nämlich nicht bist. Wo du nämlich gleich im Knast sitzt, Freundchen. Oh. So. Ich hasse es manchmal aus, dass du den Wettklor hier einfach nicht einsetzen kannst. Du den einfach da nicht einsetzen kannst, ey. Das hasse ich so einfach an dem Teil. So. Ja. Das glaubst du, dass es dir, dass die Arkham City gehört? Freut dich lieber nicht so früh, Freundchen. Warte. Na, na, warte, Freundchen. Ihr seid für mich wie eine Familie, Jack. Und ihr wisst doch, wie schwer es mir fällt, Verwandte umzulegen. Ja, ja. Ich sitze in Arkham City fest und Joker sagt mir, was ich zu tun habe. Alles wie immer. Runter mit dir. Dir gehört gar nichts hier. Ja, ja. Ich hab ihn. Er ist hier. Ja, ja. Alter, halt deine Klappe, Junge. Und geh mir nicht auf den Sack, Alter, mit deinem Gewehr. Junge. Was habt ihr bei dir für ein Problem, hä? Was habt ihr bei dir für ein verdammtes Problem, ey, hä? Och ja! Weil sie dann wieder... Ey, das nervt langsam wirklich ohne Scheiß. Wirklich, das... Lach nicht so dumm oder so dreckig, ey. Jetzt reiß ich dir dann scheiß Zähne raus und steckst die... Deinen scheiß Hals rein, Alter. Dass du nicht mehr so blöd lachst, ey. Gebt doch nicht so an, nur weil ihr blöden... Dorfköppe, denkt, dass ihr nur, weil ihr Gewehre habt, dass ihr jetzt so gut seid, ey. Ich verliere nur, weil ihr immer dann gleich alle sofort angerannt kommt mit euren Gewehren, ey. Weil ihr selber zu feige seid, ganz normal so zu kämpfen. Wo hab ich einen Hunger? Wo ist nur das ganze Essen geblieben? Junge, halt den Rand, Alter. Freundchen, weil jetzt hört's irgendwo auf, Alter. Ja, natürlich ist es eisig. Schwachmorden. Wo? Na, kommt mal her. Alter! Was ist denn für ein... Problem, Junge? Game over an... Was? Gute Nacht. Was willst du, hä? Hau ab jetzt. Er lässt euch Idioten wie Vollidioten da stehen. Das ist mein Job. Jetzt seid ihr nicht mehr so ganz mutig. Jetzt seid ihr nicht mehr so ganz mutig hier. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand. War auch nicht besser. Glaub mir und für dich tut es sowieso nicht gut, wenn hier eine Mauer steht. So. Du hältst deinen verdammten Rand jetzt. Du gehst mir so auf den Sack, Alter, mit deinem blöden Gewehr hier. Echt? Echt? Wohin jetzt hier? Das ist verrecken. Ich weiß es. Ja, dann geh doch verrecken, Alter. Weißt du das? Zoll zu stark. Ab ihn. Er ist hier. Jaja, schön für dich. Du hast hier gar nichts. Oder besser gesagt, ihr habt hier gar nichts. Das kannst du mir glauben, ey. Ihr seid für mich wie eine Familie. Und ihr wisst doch, wie schwer es mir fällt. Verwandte unruhlich. Schön, dass Joker sich wieder besser anhört. Dachte, er würde... Jaja, von wegen hört sich besser an. Da bist du ja, Batman. Batman! Schön für dich, dass ich hier bin. Ich bin schon wieder weg. Trottel. Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Wir werden zu einer Art Nebel benutzen. Ja, natürlich, ich habe Nebel benutzt, einen Rauchbaum, aber ich benutze so Vollpfosten. Alles okay, Jungs? Es ist nur Batman. Der hat in seinem Leben vermutlich noch nie einen umgebracht. Tja, aber wer weiß. Vielleicht hat er ja vor, irgendwann damit anzutragen. Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Ja, das denkst du hier. Und glaub mir, ich werde hier niemanden umbringen. Und wenn du denkst, dass du hier, dass ich wirklich tatsächlich, ihr das Sagen habt, dann täuscht ihr euch hier wie gewaltig, ey. Man sieht sich im... Man sieht sich im nächsten Part. Bis gleich. Euer Naruto1986. Und abonniert meinen Kanal weiter. Bleibt dabei. Schaut ihn weiter... Schaut alles... Meine... In meinen Kanal weiter rein. Und... Schreibt in meinen... Weil du mich... Inem, 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 uuuhh... Ach, komm. In meine Kommentare... Und einen Daumen hoch. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Part. Tschüss.